Remedies Natürliche und Haus zu entfernen Narben dauerhaft Narbengewebe ist eine gemeinsame Schönheitssorge für viele. Es ist das Gewebe, das die normale Haut ersetzt, wenn die Haut hat sich über seine erste Schicht beschädigt wurde. Dies kann aus verschiedenen Gründen, wie kleinere Verbrennungen auftreten, Schnitte, Kratzer, Akne, eine Pilzinfektion, Bisse oder irgendeine Art von Operation. Technisch gesehen ist Narbengewebe die gleiche Art von Gewebe, wie eine gesunde Haut. Aber es sieht anders aus, weil die Fasern in diesem Gewebe unterschiedlich angeordnet sind. Narbengewebe keine Schmerzen verursachen, aber es ist auf jeden Fall eine Schönheitssorge für viele und so suchen die Menschen nach verschiedenen Optionen, um es loszuwerden. Sie können einigen natürliche Heilmittel versuchen verblassen zu helfen und Narbengewebe zu minimieren. Denken Sie daran, Ergebnisse können von Person zu Person variieren in Abhängigkeit von der Tiefe und Schwere des Problems. Narbengewebe neigt auch dazu, natürlich über einen Zeitraum von der Zeit verblassen. Hier sind einige Möglichkeiten von Narbengewebe zu entfernen. Kokosnussöl Kokosöl hat eine mittlere Fettsäuren, die als Ansoxydantin wirken, zu verhindern und schäden durch freier radikaler Umkehr. Dieses Öl kann effektiv die Produktion von Collagen zu stimulieren und die Haut weich um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Warm 1 Teelöffel kaltgepresstes Kokosöl in der Mikrowelle Wenden Sie dieses warme Öl auf die betroffene Stelle, sanft mit kleinen kreisenden Bewegungen massieren, bis es absorbiert wird. Wiederholen Sie mehrmals täglich, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten. Aloe Fra Aloe Fra ist für seine Fähigkeit bekannt, Hautgewebe zu regenerieren und können die Größe und das Aussehen von Narben zu reduzieren. Seine beruhigende und Feuchtigkeitsspendeigenschaft wird die Elastizität des Narbengewebes zu erhöhen und die Entzündung zu verringern. Schneiden Sie ein Aloe Fra Blatt in der Mitte und drücken Sie das Gel aus. Wenden Sie das Gel auf die Narbe und sanft anmassieren für einige Minuten. Lassen Sie es auf seine eigene, um zu trocknen, dann spülen Sie mit warmem Wasser. Tun Sie dies mehrmals täglich für 1 oder 2 Monaten. Vitamin E Vitamin E ist ein weiteres sehr beliebtes Mittel zu bekommen von Narbengewebe befreien. Es ist ein wirksames Ansoxidans und hat eine feuchtigkeitsspendende Eigenschaft, die die Haut zu revitalisieren und zu nähren hilft. Darüber hinaus können Sie die Bildung von Collagen, stimulieren die Hautstruktur und Festigkeit verbessert. Extrahieren Sie die Flüssigkeit aus einem Vitamin E-Kapsel und wenden Sie auf die Narbe 2- oder 3-mal täglich für mehrere Wochen. Sie können auch ein Vitamin E-Creme verwenden. Außerdem sind Lebensmittel, die reich an Vitamin E in der Ernährung wie Mandeln, Distelöl, Haselnisse und Ätnisbutter. Zitronensaft Zitronensaft ist eine sehr effektive Art und Weise mit Narbengewebe zu behandeln. Lemon hat Alpha-Hydroxy-Säuren, aha, die abgestorbene Hautzellen zu entfernen helfen uns zu regenerieren und zu reparieren beschädigter Haut. Außerdem arbeitet sie als natürliches Bleich auf hellen Narben zu helfen, sowie Flecken. Bewerben frisch extrahierten Zitronensaft auf den betroffenen Bereich. Lassen Sie es für 10 Minuten trocknen lassen, dann gründlich abspülen und trockendopfen. Tragen Sie etwas Feuchtigkeitscreme. Folgen Sie dieser Mittel zweimal täglich für mehrere Wochen, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Wie Zitronensaft Ihre Haut lichtempfindlich machen können, tragen Sie immer Sonnencreme, bevor nach draußen zu gehen. Apfelessig Ein weiteres hervorragendes Mittel zu erhalten von Narben gewebelos zu werden, ist Apfelessig. Die saure Natur wird die betroffene Hautbeeling und entfernen abgestorbene Hautzellen, was wiederum das Auftreten von Narben reduzieren. Tauchen Sie einen Wattebausch in Apfelessig und wenden es auf den betroffenen Bereich. Lassen Sie es für 10 bis 15 Minuten, dann waschen Sie es mit Wasser ab. Tragen Sie etwas Feuchtigkeitslotion. Verwenden Sie diese Behandlung ein paar Mal täglich für ein paar Wochen. Wenn Apfelessig Hautreizungen verursacht, verdünnte es mit Wasser vor dem Gebrauch. Lavendelöl Lavendelöl enthält Hautzellenverjüngung-Eigenschaften, die Behandlung von Narbengewebe und Geloidenarben helfen kann. Es hilft, die Hautzellumsatzrate zu erhöhen, die wiederum Narben davor permanent zu verhindern. Ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl auf die Narbe. Massieren Sie es sanft in kreisenden Bewegungen für 10 bis 15 Minuten, damit das Öl tief in die Haut einbringt. Eine weitere Option ist gleiche Mengen von Lavendelöl und Olivenöl, wenden es auf den betroffenen Bereich und Massage für einige Minuten sanft zu mischen. Folgen entweder dieser Mittel zweimal täglich für mehrere Wochen positive Ergebnisse zu erzielen. Honig Wie Honig ein natürlicher Feuchtigkeitsspender ist, wird es oft verwendet, Narbengewebe zu behandeln. Honig kann die Geweberegeneration sowie verhindern, dass überschüssiges Collagenwachstum und abgestorbene Hautansammlung stimulieren. Bewerben Rohhonig auf den betroffenen Bereich und Massage für 10 Minuten. Lassen Sie es für etwa 1 Stunde auf, dann spülen Sie mit warmem Wasser. Tun Sie dies zweimal täglich für mehrere Wochen. Eine weitere Option ist eine Mischung mit 2 Esslöffel Rohhonig und 1 Esslöffel Backpulver vorzubereiten. Diese passt auf den betroffenen Bereich. Massage für 2 bis 3 Minuten und legen Sie eine heiße Waschlappen über das Gebiet. Wenn die Waschlappen kühl wird, wischen Sie die Fläche mit ihm. Wiederholen 3 oder 4 Mal pro Woche für ein paar Monate. Kakaobotter Kakaobotter kann auch behandeln, Narbengewebe helfen. Es ist ein natürlicher Feuchtigkeitsspender, die tief in die Hautschichten befeuchten können. Außerdem ist es reich an Vitamin E, die Haut zu reparieren hilft. Reiben Sie die betroffenen Hautstellen mit einem nassen, groben Waschlappen und Handstuch trocken. Massieren Sie einen Löffel reine Kakaobotter in die Haut unter Verwendung von festen, kreisenden Bewegungen. Wiederholen bis zu 3 Mal pro Tag für mehrere Wochen. Sandelholzpulver Sandelholzpulver ist ein weiteres gutes Hausmittel für Narbengewebe zu entfernen. Sandelholz hat viele hautregenerierende Eigenschaften, reduzieren und erleichtern Narben. 1 Esslöffel reines Sandelholzpulver mit ausreichend Wasserstick um eine Paste herzustellen. Diese Paste auf den betroffenen Bereich vor dem Schlafen gehen. Lassen Sie es auf, bis es vollständig trocknet und dann waschen Sie am nächsten Morgen mit lauwarmem Wasser. Tun Sie dies täglich für 1 bis 2 Monaten. Teebaumöl Teebaumöl hat starken Narbenentfernen sowie hauthallenden Eigenschaften, die es ein ideales Heilmittel machen für Narbengewebe zu entfernen. Da dieses Öl sehr stark ist, verdünnt mit Wasser vor dem Gebrauch. 2 Tropfen Teebaumöl auf einen Teelöffel Olivenöl oder Mandelöl. Wenden Sie es auf den betroffenen Bereich und lassen Sie es für ein paar Stunden, bevor es wegzuwaschen. Tun Sie dies einmal täglich für mehrere Wochen. Eine weitere Option ist 2 oder 3 Tropfen Teebaumöl auf 1-2 Tasse warmes Wasser hinzuzufügen. Verwenden Sie es, den betroffenen Bereich zweimal täglich für mehrere Wochen zu waschen. Sie können auch den betroffenen Bereich mit Seife mit Teebaumöl zweimal täglich gemacht werden. Tipps Sie können auch weiße Zahnpasta zu helfen heilen Narben anwenden. Massieren Sie den Bereich mit Öl, um die toten Hautgewebe zu erweichen und die Größe der Narbe zu reduzieren. Die Einnahme von Vitamin C-Präparate können auch den Heilungsprozess zu erleichtern. Trinken Sie viel Wasser, den ganzen Tag trockene Haut zu verhindern. Vermeiden Sie prickeln oder das Gewebe mit den Fingernägen oder einem anderen scharfen Werkzeug kratzen. Zwiebel Dies ist ein wirksames Hausmittel, um schneller von Narben loszuwerden. Normalerweise, wenn Sie verletzt sind, neigt die Rötung der Haut viel vor der Bildung Narben zu entwickeln. Halten Sie frische Zwiebeln auf den betroffenen Bereich kann Rötung reduzieren und damit die Chancen auf Aussehen von Narben deutlich reduziert. Gurke Krasch eine Gurke eine feine Pastitze machen und breitete sie auf die Narben. Gurkenscheiben sind ebenso vorteilhaft in die Narben zu überwinden. Oliven Olivenblätter und Oliven machen auch Narben schnell verschwinden. Extrahieren von Saft aus Olivenblättern oder Oliven, und wenden es auf Narben täglich. Alternativ sanft massieren Sie Ihre Haut mit Olivenöl für ca. 15 Minuten zweimal am Tag. Tomate Tamato hat Ansoxidantin, die die Haut verjüngen und schnell entfernen abgestorbene Hautzellen. Sie können entweder halten Sie die Tomaten in Scheiben schneiden auf die Narbe für 20 Minuten oder können Sie Tomatensaft extrahieren und sie auf die Narbe anwenden regelmäßig loszuwerden es schnell zu bekommen. Mandelöl Mandelöl hat lebenswichtige Vitamine, die das Wachstum neuer Hautzellen in den Bereichen nähren, wo Narben vorhanden sind. Massieren Sie Ihre Haut zweimal mit Mandelöl, die Narben zu zeugen verschwinden schnell. Boxhorn-Kleesamen Boxhorn-Kleesamen ist eine gute Hautkühlmittel. Für Narben durch Verbrennungen verursacht, funktioniert es am besten. Sockboxhorn-Kleesamen über Nacht in Wasser und schleifen Sie eine feine Paste zu machen. Nun gelten diese Paste auf die regelmäßig Narben.